Ich liebe meinen Beruf, weil ich einfach mein Hobby jeden Tag immer wieder aufs Neue auf professionellster Ebene ausführen kann. Direkten bedeuten für mich Familie und Leidenschaft. Ja, es ist einfach hier ein super familiäres Umfeld und ich kann mich hier richtig ausleben, zu 100 Prozent meinem Beruf nachgehen. Auch außerhalb des Spielfeldes habe ich alle Möglichkeiten hier in Hannover. Ich verbinde Hannover und Direkten einfach zusammen und deswegen fühle ich mich auch so wohl. Natürlich ist die Mannschaft richtig cool dieses Jahr. Wir verstehen uns alle extrem gut und ich finde es cool, dass wir das auch gerade auf die Platte übertragen können. Und natürlich sehe ich hier auch meine Chancen, mich hier weiterzuentwickeln. Hey, liebe Reckenfamilie. Ich habe meinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Ich freue mich drauf. Recken rocken! Tell me, wie Sie sich, verbaring, ist sie rồi und ich will so vieles qui drauf. So mit噓 ab KNARAR Worden gestern. Ich habe meinen Vertrag, was ich Das ist ein sehr, 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 sehr untergebracht. zwei